Wir waren für 8 Tage in Dubai und was wir da alles erlebt haben, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei! So, moin moin hier einmal aus dem ICE auf dem Weg nach Frankfurt. Jetzt fragst du dich vielleicht so, hä, warum eigentlich Frankfurt? Ich meine, Berlin hat ja jetzt nicht gerade den kleinsten neuen Flughafen bekommen, aber leider geht kein Direktflug von Berlin nach Dubai. Deswegen geht es jetzt erstmal für uns nach Frankfurt und von dort aus mit einem richtigen Flugzeug direkt über Emirates nach Dubai. War im Endeffekt wahrscheinlich sogar kürzer von der Flug- und Fahrtdauer her. Genau, vor Ort werden wir noch ein Kunden treffen, den guten Jonathan. Dürfte der ein oder andere eventuell auch schon mal gesehen haben in dem Video. Und genau, wir sehen uns dann gleich am Flughafen in Frankfurt wieder. Und ja, bis dahin, gute Fahrt. So, jetzt geht es zu den Sicherheitskontrollen. Mittlerweile, oh, ist ja mega aus mit der Sonne. Mittlerweile in Frankfurt angekommen. Perfekt. Jetzt geht es ja jetzt mal noch in den Live-Call. Wir haben jetzt kurz vor 8 Uhr, um 8 Uhr sind ja immer die Live-Calls mit unseren Kunden. Heute der Mindset-Live-Call, also alle Mindset-Themen werden hier behandelt, damit auch jeder volle Performance an den Tag legen kann. In dem Sinne, es geht gleich los. Ihr seht das Ganze natürlich hier auch wieder ein bisschen behind the scenes. Komischerweise ist die Lounge hier vor den Sicherheitskontrollen. Also wird das danach noch der Fall sein, dass wir einmal durch die Sicherheitskontrolle müssen. Und dann geht es auch los. Wie gesagt, um 22.20 Uhr. Eben wir, glaube ich, ab. Und ja, ich bin sehr gespannt. Jonathan ist natürlich auch mit dabei. Kannst du mal gerade rüber schwingen. Und perfekt. Wir haben es uns hier schon sehr gut gehen lassen. Hier gibt es einiges an Getränken. Und in dem Sinne sehen wir uns gleich im Live-Call. Ja, das ist soweit das Zimmer. Was wir hier bekommen haben. Einfach mal ein kleines Upgrade für umsonst. Einfach weil das andere noch nicht ready war. Und wir einfach um 37 Uhr morgens schon hier waren. Also alles bestens. Fühlt sich, by the way, gar nicht so an wie 37 Uhr morgens. Einfach weil wir wahrscheinlich nicht groß am Flugzeug gepennt haben. Wie man vermutlich an meinen Augen sehen kann. Naja, gut. Genau, jetzt wird gleich das Gepäck gebracht. Ich bin todmüde, weil ich jetzt erstmal schlafen. Und ja, Jonathan ist schon im anderen Hotel eingecheckt. Bin ich auch mal gespannt, was der bekommen hat. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns nach einer Mütze schlafen wieder. Und bis dahin, ja, genießt mal die Schnittbälle. Bruh, so Niklas kommt hier an und sagt so, ja, ich wurde übelst hops genommen am Flughafen. Ich habe aber auch nur Kreatin mit. Wir sind so richtig dankbar. Das Kreatin. Wir haben Kreatin zu Hause. Ehrenwahrer. Wir haben Kreatin. Das. Das sind's. Ja, ich bin noch raus. Okay. Danke, danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. 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 Mach's gut. Bis dahin. Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau. Tschau.